Heule, was geht ab Leute, wir testen heute alle Niesen Cup Ramen Nudeln. Ich habe mir den ganzen Tag One Piece Live Adaption auf Netflix angeschaut. Passend dazu, die haben nämlich mal eine Kooperation gehabt, marketingtechnisch, mit One Piece. Acht Cups, acht Folgen. So, gut umgehen. Als erstes haben wir Roasted Duck Sweet Onion Soup, oder? Brüllen check. Okay, kann man machen. Die sind offensichtlich alle mit Geschmacksverstärker, sehr geschmacksintensiv. Als nächstes haben wir Spiced Curry, Japanese Curry Soup. Ja, so ein Geschmack als Nudelsuppe hatte ich auch noch nie. Viel, viel dunkler, man riecht das Curry richtig raus. Okay. Okay. Kann man machen, Digga. In the modus, baby. Five Spices Beef. Aromatic Spicy Soup. Okay. Wo ist mein asiatischer Löffel? So. Es kommt vor, Brühe, sehr nahe. Okay. Ich glaube, da sind noch Fleischstückchen drin, Beef. Dieses braune hier. Das ist halt minimal Fleisch. Ich schmecke mehr Paprika. Wahrscheinlich sogar zu viel Paprika. Äh, ich mag die Brühe. Ich würde sogar sagen, ist ja die beste Brühe. Five Spices, okay. Wir machen weiter mit. Classic Shrimps. Das gibt es sehr, sehr oft. Äh, Soy Sauce Shrimp Peppery Shoyu Soup. Brühen, check. Hm. Vertraut. Ja, ja. Ja. Kennt man, kennt man. Uh, kleine Shrimps. Mini, mini Shrimps. Mein Gott, die sind so klein. Ich kriege sie nicht mal mit dem Stäbchen. Okay. Proteins sind da. Pepper? Ja. Pepper schmeckt man. Der Pfeffer ist am Start. Für mich, um ehrlich zu sein, bist du ja der schwächste. Die anderen sind bei weitem besser. Zunächst haben wir mal Tasty Chicken Asian Style Soup. Das ist bisher die hellste und klarste Brühe. Schön salzig. Ich glaube, es sind kleine Hähnchensutke drin. Seht ihr jetzt nicht? Die sind nur ein Löffel. Hat eine Nudel, also Nudel, äh Nudel, Hähnchensuppe Geschmack. Also so deutsche Suppe mäßig. Ja, das ist das Schwächste, dieses Chicken. Das ist mir zu Standard. Das ist mir zu Basic. Der hier klingt krass. Roasted Sesame Soup. Schaut sie nachher an, Leute. Die haben sehr oft irgendwas Rotes, man. Also die Farbe Rot sticht bei vier von diesen Kappnudeln heraus. Sesam ist in der Brühe. Oh. Leicht scharf. Aber brüntechnisch nicht mein Favorit, nein. Der Sesam ist am Start, ja. Aber der bringt nicht so viel. Jun da. Auch gar nicht so gut, muss ich ehrlich sein. Der haut mich nicht vom Hocker. Als nächstes haben wir Chicken schon wieder, aber Teriyaki. Auch eine sehr klare Brühe. Ist aber geschmackvoller, als die davor, die andere Chicken. Haut mich auch nicht um. Asian Blast. Auch dezent. Der hält sich bedeckt, Mann. Der hält sich bedeckt. Als nächstes haben wir Vegetarian Miso. Miso Japanese Style Soup Veggie. Okay. Sehr ramenhaft. Also ramen, so was ihr bei Takumi und so im Restaurant erhält. Die hier erinnert am meisten an ramen. Ich muss sagen, es ist immer schwächer geworden. Die ersten, die wir gegessen haben, das waren die besten. So schaut euch, die drei sind die besten. Danach kommen die zwei, die kommen nicht ganz ran, aber sind besser als die drei. So, wir switchen um zum Mukbang-Teil. Ich gebe mir die natürlich noch. Das wird nicht nur mein Mittagessen, sondern auch mein Abendessen. In Folge 1 war stark, Digga. Folge 1 gibt eine 10 von 10 von mir, Mann. Sehr gute Einleitung. Umsetzung. 10 von 10. Charaktere 10 von 10. Das Einzige, was halt direkt auffällt, ist, Netflix will irgendeine Quote erreichen und besetzt so viele Schwarze wie möglich. Mein Gott, 75% aller Nebencharaktere schwarz? Folge 2 gut. Aber zwei wichtige Momente haben gefehlt. Und das hat das Problem, weil es ein anderes Medium ist. Es gibt ja jetzt One Piece Fans und One Piece Nicht-Fans, die sich das anschauen. Und beide Seiten haben natürlich eine ganz andere Sichtweise drauf. Und dann habe ich nochmal eine ganz andere Sichtweise drauf, weil ich Content-Creator bin. Und ich weiß, es ist halt eine Herausforderung. Du hast normalerweise 10 Folgen, 20 Folgen, was weiß ich, für ein Arc, Nami-Arc, Lusob-Arc, Bagatee-Arc. Und du musst das in eine Stunde verpacken. Du musst hier und hier alles zerstückeln und dann hier unten nochmal neu zu einem gesamten neuen Ding machen. Und ich schätze halt die Kunst dahinter. Und viele werden sich wahrscheinlich einfach und denken, hä, da fehlt dies, da fehlt das. Weil bei Folge 2 hat der Hund gefehlt. Der Hund hat gefehlt und ein krasser Moment für Zorro. Ich glaube, in der Folge hatte Nami auch einen krassen Moment. Der hatte so einen Tresor und Nami hat den geknackt. Und Zorro so, was ist das für ein Schatz, da ist nicht mal Gold drin. Dann sagt Nami, es gibt manche Dinge auf der Welt, die sind wichtiger als Gold. Oder wertvoller als Gold. Zum Beispiel Wissen. Das war eine kranke Szene. Geil! Lusob-Story, die ist auch im Manga und Anime, die ist schwächste in ganz One Piece. Haben die ganz gut gemacht. Jacko und die Kleinen, drei Kleinen wurden gecuttet. Ich war mir sicher, wäre Jacko drinnen gewesen, hätten die Jacko schwarz gemacht. Und mindestens ein von den drei Kleinen hätten sie auch schwarz gemacht. Ein guter Moment für Usopp. Diesen Moment hat er im Anime und Manga noch nicht bekommen. Sehr geil. Man gönnt den Bruder. Folge 5. Mihawk, Alter. Mihawk auch sehr gut. Die Details, die reingehauen wurden, krass, oder Leute? Am Anfang, das One Piece war immer anders. Und dann die Kopfgelder. Echt geil gemacht, Mann. Die Details waren echt der Hammer. Meine Boys wurden gecuttet. Johnny und Yusaku. Und Safe hätte Netflix ein, wenn nicht beide, schwarz gemacht. Kampf gegen Mihawk war geil. Zorges Schwur war geil. Folge 6. Hatte Höhen und Tiefen, Leute. Die haben die richtige Version von Jeff's Fuss benutzt. Und zwar die, wo er ihn gegessen hat. Aber die haben leider verkackt bei der Abschiedszene. Die war im Anime-Manga viel emotionaler. Geil war halt, dass Nami Zorro die Geschichte von Nolan vorgelesen hat. So ein kleines Easter Egg. So diese Details, die machen es aus. Da weiß man, die Leute, die das produziert haben, haben ihre Hausaufgaben gemacht. Folge 7. Stark. Wo Alon Jimbei erwähnt hat. Richtig geil, Mann. Aber leider haben die da auch was verkackt. Und zwar Walk on Alon Park. Also alle Szenen. Diese Raffi, hilf mir. Und dann setzt er hier den Strohhut auf. Und dann sagt er Jungs, let's go. Und so. Bis dahin krass. Aber dann kam nicht der Weg zum Alon Park. Mit der Musik. Das hat leider gefehlt. Deswegen ist auch keine 10 von 10 bei mir. Ja, und Folge 8. Gutes Ende. Die Kämpfe sind ein bisschen kurz gewesen. Gesamtverteid 9,5 von 10. Wegen den zwei Szenen, die ein bisschen schwächer waren. Ich hätte niemals erwartet, dass sie sich so viel Mühe geben und so gut umsetzen. Schauspieler so gut besetzt. Die haben die Charaktere auch gefühlt. Mein Gott. Die Dialoge waren auch gut geschrieben. Also alles, was Zorro gesagt hat, hätte Zorro auch so gesagt. Da war nichts Unnatürliches. Es hat mich positiv überrascht, Leute. Ich schreibt gerne eine allgemeine Runde in die Kommentare. Hat sich viel mehr auf Story und die Witze und die Dialoge und den Charme. Charme? Charme? Fokussiert, was mir gefallen hat. Es hat mich gute Vibes gegeben. Ich habe mich in die Serie hineinversetzen können. Und das ist das Wichtigste. Und ich habe One Piece gefühlt. Also im Sinne von, das fühlt sich an wie One Piece. Und das ist das Wichtige. Das war es von mir, Leute. Und den Nissin Cup Ramen Nudeln. Ihr wisst, wie ihr wisst, wie ihr mal liken, subscribe, kommentieren. Checkt die Videos auf. Folgt mir gerne auf Instagram. Wenn ihr wisst, wie ihr mit Bitcoin, die ich und Co. Crypto Cash Show generieren. Ich trage einen Serious Business. Und ciao.